Komm mit mir, dieses Land bietet dir allerhand. Wir sind Abenteuer furios. Und vertraut, wer sein Zauber ist weltweit bekannt. Sesam, öffne dich. Jetzt geht's los! Kalbkomm. Willkommen in Agrabah, der Stadt der tausend Wunder. Auf diesem Markt findest du die besten Waren. Diesseits des Jordans. Du suchst ganz sicher etwas Besonderes. Etwas wie diese Lampe hier. Was ist an ihr so besonders, fragst du. Nun, du kannst es nicht sehen, wie so oft im Leben. Liegt das Besondere tief verborgen unter der Oberfläche. Nur sichtbar für denjenigen, der für Wunder empfänglich ist. Eins veränderte die Lampe das Leben eines jungen Mannes. Nach all den Jahren der Suche habe ich sie endlich gefunden. Die Höhle der Wunder. Und vergiss nicht, du kannst den ganzen Schatz haben. Aber die Lampe gehört mir. Wer erwagt es, meinen Schlaf zu unterbrechen? Verzeih mir, oh Herr. Ich bin Gassim, der Dieb. So höre meine Worte. Nur derjenige kann diese Höhle betreten, der reinen Herzens ist. Nur ein ungeschliffener Diamant. Und nun, Dieb, wirst du für dein Eindringen bezahlen. Nein! Nein! Die Höhle hat ihn unter sich begraben. Ich muss denjenigen finden. Der reine Herzens. Ich muss diesen Diamanten finden. Ja, moin moin. Willkommen zu Let's Play Disney's Aladin. Aufstärung 1, 3, Y. Ja, lassen wir so geht es. Tja, ein... Stück aus meiner Kindheit. Aladin habe ich gemocht. Viele Disney-Filme waren so... Teil meines Alltags. Ja, wir können Äpfel werfen. Aladin. Und wir müssen mal wieder vor den Wachs abhauen, weil wir uns unser Frühstück geklaut haben. Was ist das denn? Zack. Ist denn da was? Ja, Äpfel. Lecker. Ja. Zack. Haha. Oh ja, und schnell weg im Wintergrund. Ein Herz. Ja, wir haben vier Herz. Natürlich im Schleppton. Aua. Wo schlagen wollen wir uns wohl hier? Wir müssen richtig auf den Keks gehen hier. Das ist Carabeus. Ich bin das. Mist, Kerl. Oh wei. Ey, ich hab doch... ...nur ein Stück Brot haben wollen. Yay. Brot. Lebensenergie. Die machen wir auch noch platt. Natürlich immer in Begleitung von der Ruh. Also der Ruh mochte ich auch richtig hier in Aladin. Der treue Begleiter. Ja, das ist jetzt auch recht. Lecker trägt aber manchmal ein bisschen frech ist. Und das erste Level geschafft. Oh, Bonus-Spiel. Atempause. So. Was kriegen wir denn, Charlotte? Zwei Leben. Komm, zwei Leben. Ja, Versuche drei. Vier Continuous haben wir jetzt. Cool. Kommen wir direkt weiter. Los geht's. Schnell weg. Äh, wie ging das, ey? Ah, wo macht ihr denn hier vor? Hier ist was. Äpfel. Hier ist noch was. Nur Wursche. Endtuch. Jetzt können wir gleiten. Aua. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau, mit Fässern ab mir zu werfen. Ich kann mich mit Äpfeln wehren. Au. Das war nicht so schlau. Das wird jetzt doof. Das ist eine Truhe, die hole ich mir natürlich. Ich habe alle die vor. Das war nicht so schlau. 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 Der kann auf den Buh klettern? Er wartet auf mich. Und ein extra Leben. Autsch. Das ist kritisch für mich. Und wieder ein Löffel geschafft. Das geht hier ziemlich flott. Und los geht's. Hier war nix. Ah, die Stadt Agro mit dem schönen Palast. Ah, und Rasu, der uns mal wieder fangen will, aber es nicht schafft. Ah, guck, nicht mal ich so kalt. Äh, Autsch. Juhu. Und zack. Komm, du kriegst mich eh nicht. Nichts schade. Oh, geschaffen. Da unten ist Brot, aber das brauche ich nicht. Wieder eine Wache ausgeschaltet. Schweben wir einfach so chillig über die Stadt. Und yay. Jam, lecker. Rat, du. Das. Frechheit. Äh, gibt's da noch was? Ich glaube nicht. Also dann weiter. Ey, wo hat er nen Apfel her? Ein frecher Affe. Los geht's. Level 4. Zack. Und. Das Brot. Lebensenergie. Weg da. Ein Brot. Du hast Geld, also kauf dir eins. Was zum. So. Dreh nie die Wasen und noch mehr Brot. Er lagert bitte Brot in den Wasen. So, wo's mal jetzt sind. Mit Frage. Hä? Oh. Na, der Typ wird lustig.